Hallo Leute, ich bin Eurus Armloch, ich bin Wortverwertungsarrangierter, diese Brille hat keinerlei Gläser und ich werde versuchen, Herodes Talk 12 aufzunehmen. Zunächst bin ich gerade fett am Playen, Super Mario Galaxy. Oh Scheiße, ich raste aus und ich war letztens vor einem halben Jahr oder so hier, das war sogar vor einem ganzen Jahr, kurz bevor ich irgendwie, nee, das war nachdem ich in Irland war, sieben Wochen, Donuts, ziemlich geil, haben sich ins Publikum gestellt, auch unter anderem in einem Lied, war so ein Kreis im Publikum und haben jeden die Hand geschüttelt, so ein Typ, so ein Tier. Ich habe dem eigenen Sänger, habe ich so in die Hand, Handcheck gegeben, Zelda Riminish Cap, das ist der Zelda Teil, der für ein It Runs rauskam, glaube der einzige und den habe ich gespielt, weil ich ja Zelda auch gerne spiele, dieses Skyward Sword habe ich gespielt, das gefiel mir nicht, die beiden Gameback Color Teile gefiel mir sehr gut und das gefiel mir auch sehr gut. Man muss halt durch die ganzen Dungeons dann den Typen töten, den Fatih oder Vati, der stellt sich heraus, dass er auch im Minish ist ursprünglich. Das ist die Story.